Das Problem ist doch ein ganz anderes. Keiner will Makler, das Image ist scheiße, die Leute wollen den Makler eigentlich nicht. Das Leute fangt an, richtig hinzugucken. Herzlich willkommen zu einer weiteren Folge von unserem Podcast Immolution. Heute haben wir uns was überlegt und zwar wollen wir mal auf ein spezielles Thema so ein paar Fragen beantworten, die uns von Kunden immer wieder gestellt werden und zwar das Thema Objektakquise im Allgemeinen, aber da eben vereinzelte Fragen zu bestimmten Themen innerhalb der Objektakquise. Dementsprechend schießen wir eigentlich direkt los und sparen uns das große Gerede am Anfang. Wie würdest du sagen, weil die Frage kommt immer wieder, hey, ist denn Printmarketing überhaupt noch zeitgemäß? Ja, das ist eine gute Frage und vor allen Dingen gibt es ja sehr, sehr viele da draußen, gerade auch von den sogenannten Tool-Verkäufern, die sagen, das funktioniert alles nicht. Wer macht denn sowas noch? Und dazu muss man sich eine Sache in der Tat mal genauer anschauen, nämlich wir haben ja in einer anderen Podcast-Folge schon mal über die Zielgruppen gesprochen und das Thema ist, wie erreiche ich die denn überhaupt und wer ist überhaupt der typische Verkäufer und welche Zeit braucht denn diese Person überhaupt, bis sie dann letztendlich eine Entscheidung trifft. Das sind so die Vorbedingungen, die man einfach mal verstehen muss. Und hier stellt sich gar nicht die Frage, ob Print oder Online oder was auch immer, sondern wie erreiche ich meine Zielgruppe am besten? Das ist mal das Erste. Ja, so, dann, wie baue ich mir meinen Expertenstatus mit maximaler Sichtbarkeit auf? Und hier habe ich ein Beispiel. Jetzt würde man sich mal vorstellen, ich würde so einen, sagen wir mal, so einen kleinen zehnseitigen Ratgeber machen. Wie sorge ich im Sommer dafür, dass mein Rasen nicht braun wird, zum Beispiel? Ziemlich weird gedacht jetzt, aber es ist halt tatsächlich witzig, ja, weil im Sommer ist klar, es wird wärmer, es regnet vielleicht weniger und irgendwie haben alle damit zu kämpfen, dass halt so ein Rasen halb braun werden kann, ja. Also ich habe die ultimativen Tipps, um dass das eben nicht passiert und wie man das irgendwie smart löst. Jetzt muss ich mir eine einzige und wichtige Frage stellen, ist, wenn ich jetzt diesen ultimativen Ratgeber gemacht habe, dann muss ich mir die Frage stellen, wie verbreite ich das? Und es geht nämlich um Verbreitung. Es geht um Verbreitung meiner Botschaft, es geht um Verbreitung meiner Dienstleistung, es geht um Verbreitung dessen, was ich tue. Und das muss man erstmal verstehen, also wie verbreite ich etwas? Völlig egal was. Das ist das allererste. Das zweite ist dann, in dem Moment kann ich an Print gar nicht vorbei. Ich kann an Print gar nicht vorbei, wenn ich wirklich flächendeckend vernünftig verbreiten will. That's it. Also mal als erstes jetzt. Vor allem, wenn wir wieder an die Frage der, wer ist denn die Zielgruppe, muss man ja auch ganz klar sagen, Verkäufer im Durchschnitt Ü45, Ü50. Die stehen noch auf Haptik. Ja klar. Ja, vor allen Dingen guckt halt Oma Erna sich eben das Käseblatt halt tatsächlich an. Und Oma Erna ist auch genau die, die sagt, irgendwann mal vielleicht verkaufe ich. Und Oma Erna ist aber auch genau die, die die Flyer sammelt. Also ich erinnere mich noch gut, dass ich mal bei einem Verkäufer gesessen habe, wo die Mutter gestorben ist. Und die Mutter hat in einem Ordner original so eine Packen von Flyern von mir gesammelt. Also was war die Logik automatisch, dass der mich angerufen hat und gesagt hat, ich habe hier einen Haufen Flyer von Ihnen. Und bevor ich die wegschmeiße, rufe ich sie mal an, weil ich will das Haus verkaufen. Ja, so also das mal als ein einfaches Beispiel. Das Problem ist doch ein ganz anderes. Der erste Punkt ist, es geht nicht darum, was ich mache, sondern wie ich das mache. Das war das Erste. Also wenn natürlich jetzt viele da draußen Flyer verteilen und die sehen halt einfach schlecht aus, dann ist natürlich... Und sehen vielleicht alle gleich aus und sind auch nicht gut gemacht. So, damit fängt es ja schon mal an. Aber es ist auch nur die halbe Wahrheit. Also das Wie ist mal ein ganz wichtiger Punkt. Ich muss halt einfach cooles Zeug machen. Da sind wir automatisch wieder bei der nächsten Frage. Da ja viele Makler draußen ihre Firma, also eigentlich ihre existenziellen Grundlage, die sie haben, also dem, was ihnen Power gibt, was ihnen Energie, was ihnen Kraft gibt, nämlich die Firma, von der sie leben, entziehen sie aber Power, indem sie halt eher nach zwei, drei guten Verkäufen überlegen, wo sie den nächsten Urlaub machen können, anstatt mal darüber nachzudenken, wie sie diese Kohle mal wieder, diese Power zurückgeben in ihr Unternehmen und einfach investieren in gutes Marketing, in gute Werbung. Das heißt, einfach mal nachhaltig und langfristig an einem Thema dran zu bleiben. So, das ist ein ganz, ganz wichtiger Punkt. Das heißt, ich muss permanent kontinuierlich investieren und zwar nicht einmal. Dann kommen wir zu einem nächsten wichtigen Punkt, ist, dass die meisten Makler halt eben... Das muss man sich so vorstellen wie... Der Makler hat ja das Problem, dass seine Dienstleistung nicht so schnell gefressen wird oder gekauft wird, wie beispielsweise ich heute in Facebook eine Werbung sehe, die neuesten Lacoste-Schuhe oder irgendwie Polo Ralph Lauren oder ein paar Gucci-Schüchen oder sonst irgendwas und ich laufe in den Laden oder bestelle sie mir auf irgendeinem Portal und habe die morgen oder übermorgen da. Aber das ist ja beim Makler nicht so. Das heißt, die Journey, die braucht einfach ein bisschen Zeit. Also die Leute brauchen einfach Zeit, bis sie dann letztendlich zu der Entscheidung kommen, zu verkaufen. Also passiert jetzt Folgendes. Der Makler verteilt jetzt 5000 Flyer, was eh schon nichts bringt, aber nehmen wir mal an, er würde das tun. Macht das zweimal, dann funktioniert es nicht, weil genau jetzt unter diesen 5.000 oder 10.000 Leuten der ganz hotte, der ganz heiße Kunde nicht drunter ist und dann sagen, ah, scheiße, Flyer funktioniert nicht. Genau, also da will ich auch ganz kurz was zu sagen und zwar, das höre ich sehr oft in meinen Calls, die ich führe, dass die Leute sagen, ja, also diese Schlussfolgerung, ich habe mal ein, zwei Flyer gemacht, hat nicht funktioniert, das heißt, Print funktioniert nicht. Genau, exakt. So findet die Schlussfolgerung der Leute da draußen statt und ich glaube, da muss man mal ein bisschen für Klarheit sorgen, dass den Leuten bewusst ist, wie wichtig es ist, die Phasen im Marketing zu verstehen und die Customer Journey, also die Reise des Kunden letztendlich von dem Moment, wo er das erste Mal von dir gehört hat, bis hin zu einem zahlenden Kunden. Erzähl mal ein bisschen was über diese Customer Journey, über diese Phasen im Marketing. Also du hast ja, du hast ja auf dem letzten Seminar, auf unserem Akquise Einkauf und Verkaufs mit, also Wow-Faktor-Seminar, das ja schon sehr schön erzählt, nämlich wir haben die Phase Cold, Warm und Hot, ja. So damit fängt es ja schon mal an. Also so ein kalter Kunde braucht ganz andere Informationen, der braucht noch mehr Zeit, der ist noch nicht so weit, ja, der weiß noch gar nichts über uns, der warme Kunde hat schon mal was gehört, so salopp gesagt, ja, der braucht vielleicht noch ein oder zwei Trigger, dann ist er soweit und der Heiße, der wartet eigentlich schon sehnsüchtig auf den Anruf so ungefähr, ne, also dass er ins Gespräch kommt. So, das ist aber ja nur die eine Seite der Medaille. Da steht ja auch wieder was dahinter. Nämlich Erna sitzt heute Morgen beim Frühstück mit Peter und sagt, Mensch, Peter, sollen wir denn nicht unser Haus verkaufen? Peter sagt, hm, könnten wir mal drüber nachdenken. Langsam wird mir der Rasen, die Rasenmäherei auch zu viel. Ich habe auch nicht mehr so große Lust. So, jetzt geht ja das erst mal los, das Spiel. Die Kinder werden befragt, die Nachbarn werden befragt, Freunde werden befragt. Was sollen wir tun? Sollen wir privat verkaufen? Sollen wir über einen Makler verkaufen? Ach, wer kennt denn überhaupt einen guten Makler? Ach, die Makler sind ja eh alle scheiße und so weiter. Das ist ja genau das, was da passiert. So, und jetzt mache ich zwei Flyer, bin ich wieder weg. Salopp gesagt. Also, was brauche ich? Erstes Grundgesetz. Mindestens musst du eine Werbeaktion mal drei, also 90 bis 120 Tage durchziehen, damit überhaupt was passiert. So, aber damit ist es ja auch nicht getan, Leon. Der nächste Schritt ist ja, ich mache eine Werbung. Was machen denn die Leute? Customer Journey. Was machen denn die Leute? Also, was ist denn der nächste Schritt, nachdem die jetzt einen Flyer gesehen haben? Was macht der Kunde? Sich informieren. Ja, und wie macht er das? Online. Genau. Und was macht er genau? Googelt, Webseite anschauen. Genau. So, und jetzt kommt er auf eine Webseite. Wo nichts drauf ist. Da ist nichts drauf. Da ist keine Immobilie drauf. Ja, die sieht auch noch ein bisschen wack aus. Schlechte Farbgebung, schlechtes Design. Und vor allen Dingen, was nicht? Keine Objekte. Keine Objekte, keine Immobilien. Dann sagt er, ja, Entschuldigung, ich verkaufe Immobilien. Ja, ich will Immobilien verkaufen. Du hast keine Objekte. Wie willst du mir helfen? So, ja. Dann recherchiert er den Namen. Findet nichts über den. Außer vielleicht ein Instagram- und ein Facebook-Profil. Ja, vielleicht noch, keine Ahnung was. Hat dann vielleicht noch einen zweiten oder dritten Hobbyjob. Über alles findet er was. Aber nicht über seine Expertise als Immobilienmaklerin oder als Immobilienmakler. So, und jetzt guckt er sich ein, jetzt hat er einen zweiten Flyer von einem anderen Makler. Der ist aber ein Experte. Der hat vielleicht schon ein, zwei Artikel in einem Online-Magazin. Der hat eine coole Webseite. Der hat ein paar Objekte. Ja, zu wem wird der denn jetzt gehen? Klare Sache. Ist doch vollkommen logisch, ja. Also der wird natürlich, so jetzt kommt, jetzt geht es ja weiter. Jetzt lassen sich ein paar Makler kommen. Der eine verspricht was. Ja, der andere verspricht auch was. Der nächste verspricht noch viel mehr. Also wir sind jetzt noch nicht im Einkauf. Wir sind immer noch im Akquise-Modus. Wir sind immer noch im, oder anders, im Findungs-Modus des Verkäufers. Und das muss man erst mal checken. Das muss man erst mal begreifen, was da wirklich passiert, ja. So, jetzt gibt es natürlich unendlich viele da draußen wieder Tool-Verkäufer, die sagen, ja, du brauchst jetzt E-Books. Du brauchst jetzt für die Scheidung, du brauchst jetzt für die Erbschaft. Auch nicht bis zu Ende gedacht, ja. Auch nicht bis zu Ende gedacht. Warum? Weil jemand, der kalt zum Beispiel ist, der braucht vielleicht erst mal nur eine ganz einfache Checkliste von einer Seite oder von zwei Seiten. Der will erst mal was ganz Leichtes, ganz Lockeres, Easy, Cooles konsumieren. Der will sich doch jetzt keine 27 Seiten durchlesen, zum Beispiel, ja. Und da ist halt ein Flyer dann in dem Moment ganz cool, wo es darum geht. Da sind wir dann bei der ersten Phase quasi. Genau, ja. Jetzt machst du das aber ja weiter. Über Wochen machst du das einmal im Monat, du machst das mal über ein Jahr. Mit unterschiedlichen Inhalten und Botschaften. Natürlich. Und vor allen Dingen, du unterschiedlichen Symptome mal zu triggern, ja. Du kannst ja mal was über Symptome erzählen, was das eigentlich bedeutet. Also du triggerst mal so ganz unterschiedliche Symptome, ja. Erzähl mal ganz kurz. Ja, also grundsätzlich ist immer die Herausforderung, also ein Problem hat ja ein Symptom, ja. Irgendwie einen Ursprung, wo das Ganze herkommt. Und oftmals wird nicht tief genug hinterfragt, was sind denn eigentlich die Symptome oder die Ursachen, woher gewisse Probleme entstehen. Und gerade im Marketing muss man sich eben da mal ein bisschen mehr Gedanken drüber machen. Was fällt mir jetzt für ein Beispiel ein, ja. Ich habe hier irgendwie links in der Schulter einen Nerv eingeklemmt und suche halt und sehe halt das Problem links in der Schulter. Obwohl eigentlich eine Hüftfehlschiefstellung oder was, ja. Wo du dann halt mal ein Programm vier Wochen beim Chiropraktiker regelmäßig die Hüfte gerade gemacht werden muss, so dass die linke Schulter, also das Problem ist nicht die linke Schulter tut weh, sondern das Problem oder die Ursache dahinter ist eben, die Hüfte steht schief. Ja, genau. Und genauso ist es bei Marketing auch. Und deswegen ist es umso wichtiger, auch gerade für die erste Marketingphase, aber auch für die folgenden, Daten zu sammeln. Also Daten zu sammeln von den Dingen, die bei der Zielgruppe funktionieren. Dafür kann man auch Verkäufer aus der Vergangenheit befragen, was war eigentlich der Punkt, wo sie abgeholt worden sind von uns, ja, was hat sie erreicht und so weiter und so fort, um das wieder für zukünftiges Marketing auswerten zu können und die Maßnahmen davon ableiten zu können. Ich gebe mal ein Symptombeispiel beim Makler beziehungsweise beim Verkäufer. Das könnte zum Beispiel sein, soll ich vor dem Verkauf meiner Immobilie Renovierungen durchführen zum Beispiel, ja. Wo der sagt, okay, der hat das Symptom, boah, scheiße, Renovierungen, was mache ich denn da eigentlich? Ach nee, ich muss erst mal was ganz, ganz viel machen, ja, bevor ich überhaupt über den Verkauf nachdenken kann. Ja, und jetzt spricht der Makler genau das Thema an, macht das Sinn, ne, zu renovieren, ja. Und jetzt kommen sie in eine, was weiß ich, kostenfreie Beratung oder Bewertung und dann klären wir das alles sauber, weil ich es ganz salopp formuliert, ja. So, das sind genau die Dinge. So, diese Themen müssen permanent und regelmäßig getriggert werden und das über eine lange Zeit. Jetzt geht es ja noch einen Schritt weiter. Jetzt sind, wir waren ja gerade bei 5000 Flyern, 10.000 Flyern. So, jetzt hast du, sagen wir mal, so eine Kreisstadt, vielleicht 25.000 Haushalte oder 50.000 Haushalte oder 50.000 Einwohner, 25.000 Haushalte. Jetzt stellen die Makler sich die Frage, ja, soll ich denn jetzt nur 5.000 oder 10.000 verteilen? Oder soll ich denn alle verteilen? Geht es dann schon wieder weiter? Und da kann ich wieder immer nur sagen, bei den meisten Maklern, die Schwierigkeiten mit Objekten haben, ist auch gleichzeitig eine Schwierigkeit im Thema Geld da. Das heißt, die haben nicht genug Geld oder glauben nicht genug Geld zu haben oder entziehen der Firma zu viel privates Geld und die Firma hat keine Power, hat keine Energie. So, und hier ist der allererste Punkt mal dafür zu sorgen, dass du Geld machst. Ja, und Geld machen bedeutet, mach Direktmarketing. Ja, also geh direkt auf Menschen, die im Markt sind und hol da erstmal Aufträge ran und baue dir ein cooles Netzwerk auf, dass du erstmal richtig Geld verdienst, um dann Geld in dein Marketing zu investieren. So, und dann musst du auch in der Lage sein, großauflagig abzufeuern und viel zu machen. Aber du darfst halt eine Sache nicht vergessen. Der coolste Flyer bringt dir wesentlich weniger, wenn dahinter nichts ist. Also sprich, du keine Objekte hast, du keine vernünftige Webseite hast, also du keinen vernünftigen Expertenstatus hast. Es geht auch ohne, keine Frage, aber mit ist es noch geiler. Deshalb ist es halt eben wichtig, dafür zu sorgen, dass du deine Botschaft verbreitest, dass du auch direkt auf Menschen zugehst, dass du dafür sorgst, eben Deals ranzuholen. Ich gebe nur ein Beispiel. Wir haben jetzt einen aus dem Coaching, der ist jetzt eine oder zwei Wochen dabei, der auch vor allen Dingen eine Sache verstanden hat, sagte heute, das ist der totale Wahnsinn, nachdem ich jetzt das erste Mal das Konzept, das System, das Verkaufssystem umgesetzt habe in den Details und auf einmal habe ich eine dramatische Verbesserung des Feedbacks der Kunden, also der Käufer, eine dramatische Verbesserung vom Feedback, was dadurch passiert. Wieder, ich glaube, zwei neue Aufträge. Folgeaufträge, klar. Weil die Käufer so begeistert waren und unter, bei jeder Immobilie, bei jedem Immobilienverkauf sind immer viele Menschen dabei, die erst was verkaufen oder die was verkaufen wollen, um dann zu kaufen. Das ist einfach so. Und das checken aber auch die wenigsten. Und deshalb ist der Schlüssel die maximale magische Leistung, deshalb sagen wir ja auch Immobilienmakler mit Wow-Faktor, die rauszuhauen. Weil das ist eigentlich die Folge, was daraus passiert, ja. Es ist noch eine Frage, die ich auch oft kriege, ist, ich will eine Marke aufbauen. Oder eine Aussage, ich will eine Marke aufbauen. Was muss ich denn dafür tun, um aus mir eine Marke zu machen? Ich würde vielleicht auch gerne mal eine Sache dazu sagen und ich glaube, dafür spreche ich auch für 99,999 Prozent der Leute, die wirklich Plan davon haben, Marken aufzubauen. Du brauchst eine Story. Also du musst etwas erzählen können. Du musst ausgearbeitet haben, wofür stehst du? Was machst du? Was ist deine Geschichte? Und vor allem musst du dann im zweiten Schritt natürlich auch, das überschneidet sich, es ist letztendlich das gleiche, wissen, wie erreiche ich meine Zielgruppe? Das heißt, wie kann ich diese Story, wie kann ich das, was ich bin, was ich tue, an meine Zielgruppe weiterleiten? Hast du noch irgendwas zum Thema Markenaufbau zu sagen? Weil ich glaube, das interessiert viele. Also ich glaube, was hinter dem allem steht und was auch da gerne übersehen wird, ist, dass Markenaufbau sehr viel auch mit Transformation zu tun hat. 100 Prozent. Ja, also Transformation, weil du fängst, also du kannst nur eine Marke schaffen, wenn du bereit bist, auch Dinge, die du bisher gemacht hast, komplett zu verändern. Ja, und das fängt an, wenn wir uns jetzt mal so, ja, also Brands oder auch Typen Personal Brands anschauen, was ja beim Makler die einzige, also jedenfalls am Anfang die einzig sinnvolle Variante ist, eine Personal Brand aufzubauen, weil ansonsten bist du ja zu vergleichbar. Ja. Ja, du bist zu vergleichbar. Wir können Apple nehmen. Du bist austauschbar, weil die Leistung an sich erstmal in den Köpfen der Leute eben ja einfach nur der Verkauf von Immobilien ist. Ja, deshalb muss ja die Positionierung auch da sein, eben den Verkauf komplett anders zu machen als alle anderen oder viel, viel, viel besser zu machen als alle anderen. Wobei wir wieder beim Thema Prozesse wären, also interne Strukturen, Prozesse. Wie läuft eigentlich ein Kontakt mit Kunden, die Vermarktung intern, diese Prozesse auch schon so zu gestalten, dass sie sich wirklich sichtbar abheben? Ja, aber ich will auch auf etwas anderes hinaus. Wenn wir uns mal die Showstars, Stars und Sternchen angucken und guck mal, was sind denn so Menschen, die in den Köpfen bleiben? Nehmen wir mal Bruno Mars aktuell, der sich eigentlich immer wieder transformiert und immer wieder verändert, also auch vom Äußeren her. Oder auch Udo Lindenberg. Udo Lindenberg, ein super Beispiel, wirklich ein extrem gutes Beispiel, wie auch der seine Transformation in den letzten, was weiß ich, 30, 40, 50 Jahren vorangetrieben hat. Aber was ihn begleitet hat, ist sein Hut, seine Stimme und seine Brille zum Beispiel. Also diese drei Sachen, also das Genuddel kann ja keiner, also gibt es mit Sicherheit ein paar, die es können, aber ich kann es nicht. Und das ist halt schon extrem cool. Nehmen wir eine Tina Turner, nehmen wir einen Phil Collins, nehmen wir Kiss zum Beispiel als Rockband. Wo man ganz klar erkennt, das hat immer auch etwas mit den Personen zu tun, Transformation zu tun. Aber letztendlich, Story erzählt ja eben von dieser Transformation. Ja, natürlich. Also das hängt da zusammen. Ja, und das muss zusammenspielen. Und jetzt nehmen wir mal nochmal Apple dazu. Ja, so wenn man, wenn man sich alle anderen Computer anguckt, die ja in viele, viele Jahre eher so Plastikbomber waren. Ja, hässliche Plastikbomber. Und da hat halt Apple Design reingebracht. Ja, jetzt brauchen wir nicht darüber diskutieren, wer findet jetzt was cooler. Ich will hier gar keine Diskussion entfachen. Nur der Punkt ist, da hat Apple halt sich extrem gut positioniert. Und da sind wir bei einem ganz wichtigen Punkt. Ein USP, ein USP, also Unique Selling Proposition, funktioniert nur und ausschließlich in ungesättigten Märkten. Ich wiederhole, in ungesättigten Märkten. Also die Computerszene ist eben nicht gesättigt gewesen, sodass Apple sich halt over, also drüber, über die anderen oder anders positionieren konnte als die anderen. Jetzt versuch das aber mal als Immobilienmakler. Wie viele Immobilienmakler gibt es denn an einem Standort? Also wenn ich in so einer kleinen Ministadt mit 20.000 Einwohnern schon 100, 150 Immobilienmakler habe, die da versuchen, irgendwelche Immobilien zu verbimmeln, und wie die Nomaden übers Feld ziehen, um da irgendwie noch den ein oder anderen Auftrag über Bekannte zu kriegen, dann ist das ein gesättigter Markt, weil keiner will Makler. Also das Image ist scheiße. Die Leute wollen den Makler eigentlich nicht. Und deshalb ist es extrem vergleichbar. Also brauche ich eine Personal Brand. Das heißt, ich muss als Person mich abheben, um dann wiederum Unique Selling Proposition, also einzigartig zu sein. Und dann sind wir automatisch wieder dabei, dass ich natürlich, wenn ich drei, vier, fünfhunderttausend, ein, zwei, drei Millionen Objekte verkaufen will, natürlich nicht wie ein Lump rumlaufen kann. Also brauche ich ordentliche Kleidung. Ich muss vielleicht auch da mich ein bisschen anders positionieren. Wie auch immer jetzt. Ob auf dem Land oder in der Stadt ist überall ein bisschen anders. Aber es muss auch natürlich zu mir, zu meinen Werten, zu meiner Persönlichkeit letztendlich passen. Und dann heißt es, und jetzt folgen zwei Dinge, Sichtbarkeit. Also wenn ich das einmal gefunden habe, dann folgt das Ganze Verbreiten. Verbreiten, Sichtbarkeit gleich Verbreiten. Also ich verbreite meine Botschaft, meine Werte, die Art und Weise, wie ich arbeite, meine Dienstleistung. Und dann folgt Expertenstatus. Weil Bekanntheitsgrad, deshalb erst Sichtbarkeit, Bekanntheitsgrad setzt Expertenstatus voraus. Das heißt, je bekannter ich bin, umso mehr denken die Menschen, der ist, der kann auch was. So, und das muss ich dann wiederum mit gutem Proof untermauern. Nämlich durch Testimonials, durch Menschen, die über mich sagen, dass ich einfach ein cooler Hecht bin. That's it. Das ist das Spiel. Ich denke, das war ein sehr, sehr gutes Schlusswort an der Stelle. Ich bin mir ziemlich sicher, dass sehr, sehr viele Leute da draußen was damit anfangen können. Und am Ende des Tages ist es doch eigentlich auch ganz einfach, um Wettbewerbsvorsprung zu bekommen. Man muss einfach mehr wissen als die anderen. Ja, zum einen. Also Wissen über eben dieses Thema Marketing, über das Thema Positionierung, über das Thema Phasen etc. Also brauche ich jetzt nicht vertiefen. Das Thema Wissen ist, glaube ich, da der Kern. Also zu verstehen, zu wissen, wie man diese Dinge aufbaut und anwendet. Wissen und natürlich auch richtig hingucken. Ja, also die Wahrnehmung dafür. Genau, wir haben ja heute mal so ein bisschen auch aus dem Nähkästchen geplaudert, mal überhaupt mal zu analysieren, auch zu verstehen, was passiert da wirklich. Weil wenn du nicht checkst, was da wirklich passiert, dann ist natürlich klar, dann wirfst du irgendwie Pfeile an die falsche Wand oder machst die Farbe an die falsche Wand. Das macht halt keinen Sinn, das ist halt dumm. Der ist nicht dumm, es ist unwissend am Ende des Tages. Und was halt auch eine ganz wichtige Rolle spielt, ist, glaubt nicht jedem Holzkopf da draußen, was die Leute verbreiten, was die Leute sagen. Es ist doch vollkommen logisch, dass ein Online-Marketer, um sein Überleben zu sichern, damit der Aufträge bekommt, sagt, dass Print scheiße ist. Und das Print keiner mehr braucht. Komm zu mir, mach Online-Marketing, dann davon lebe ich. Also hör auf mit Print, komm zu mir. Leute, fangt an, richtig hinzugucken. Fangt an, richtig hinzugucken, die richtigen Daten zu lesen, die richtigen Daten zu ermitteln und dann eure Entscheidungen zu treffen. Ja, und vor allen Dingen, und das ist die gute Botschaft, es gibt immer etwas, was man tun kann. 100 Prozent. Immer und immer wieder. Und wenn auch ihr da draußen was tun wollt, wenn auch ihr da draußen euer Marketing aufs nächste Level heben wollt, wenn ihr mehr Objekte haben wollt, wenn ihr als Makler euch transformieren wollt, eure Personal Brand aufbaut, dann gibt es jetzt eigentlich nur einen Schritt, den ihr tun müsst oder einen Klick, den ihr machen müsst, nämlich unter diesem Video auf die kostenfreie Coaching-Session zu klicken und mit dem Leon eine Strategieberatung, beziehungsweise eine Coaching-Session zu vereinbaren und vor allen Dingen unseren YouTube-Kanal zu abonnieren, uns auf Instagram zu folgen und auf allen anderen sozialen Kanälen auch. Und in diesem Sinne, viel Erfolg wünsche ich euch. Also was hat sich bei mir im Unternehmen geändert, seit dem Coaching? Wir haben jetzt Prozesse, die auch eingehalten werden und vor allen Dingen durchgezogen werden, mit Sicherheit mehr Kunden dazu generieren.